Hallo, mein Name ist Daniel Lombeer. Ich möchte euch vorstellen, was ich vorhabe in meinem Webinar, ein internes Kontrollsystem sicherstellen. Was werde ich also besprechen? Ich werde eingehen auf das, was in alten Prüfungen dran kam, nämlich ein internes Kontrollsystem aufzubauen, sicherzustellen. Wie gehe ich um mit unterschiedlichen Risiken? Es ist doch in der Klausur so, dass man aus einer gewissen Branche eine Situation beschrieben bekommt und dann Risiken erkennen muss. Und darauf aufbauen, das zu sehen, das zu erkennen und zu behandeln, mit den Risiken tatsächlich umzugehen, das müssen wir und das werden wir in diesem Webinar besprechen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin.